Hallo und recht herzlich willkommen zur ersten Folge Hashtag die Mannschaft. Ich bin Sian und es ist endlich soweit. Und ja, wenn ihr nicht wisst was Hashtag die Mannschaft ist, verlinke ich euch jetzt hier in der Infokarte oben rechts ein Erklärungsvideo, wo ihr nochmal nachschauen könnt, was ist es überhaupt. Kurz ist es eine Trainerkarriere und damit jetzt zu allen die eingeweiht sind. Es sind 30 Kunden in die Mannschaft. Über 200 Leute haben sich dafür beworben. Und es war nicht einfach welche auszuwählen. Ich zeige euch gleich, wer es denn alles geschafft hat. Ihr seht schon für die erste richtige Spielfolge, nämlich in dieser Folge werden wir noch nicht spielen. In dieser Folge zeige ich euch nur das Team, wer es geschafft hat und so weiter. Ein paar andere Sachen auch noch und so. Und dann gibt es am Donnerstag die erste Folge, wo wir wirklich spielen. Warum am Donnerstag? Weil am Mittwoch eine Torchmiederkehre-Folge kommt. Deswegen am Donnerstag erst. Also, genau. Ihr seht die Startaufstellung schon, die wahrscheinliche Startaufstellung für das erste Spiel. Das Ganze wird dann auf Weltklasse gespielt. Ich denke mal, so fangen wir an. Und ja, nachdem ich euch gleich das Team gezeigt habe, sah ich auch nochmal allgemein was zu den Bewerbungen, warum das so lang gedauert hat. Ich wollte ja eigentlich schon am Sonntag diese Folge hier hochladen. Aber ja, dazu jetzt gleich mehr. Also, gehen wir rein. Ja, ich scrolle einfach mal unkommentiert durch. Hier habe ich mich erstellt. Ja, damit seht ihr, wir haben eine Differenz, glaube ich, zwischen 83 und 88. Das ist, glaube ich, die höchste Bewertung. Tatsächlich, ja. Eine Sache muss ich auf jeden Fall kommentieren. Ein Wert, nämlich der Torwart Bögerhausen. Der hat so einen hohen Torwartwert, weil, ich weiß nicht mal den anderen Torwart, der hat 85, dann haben wir hier einen 86er Torwart und dann noch einen 88er Torwart. Der hat so einen hohen Wert, weil er relativ klein ist. Ich glaube, er ist, das können wir mal gucken, er ist richtig klein, 1,75 und deswegen hat er so gute Werte. Also, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Das war der ausdrückliche Wunsch von ihm und deswegen habe ich das erfüllt. Die Bewerbung war sehr gut. Ich glaube, das ist sogar, das ist ein Mod, genau, das ist ein Mod gewesen, glaube ich. Ja, 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 auf jeden Fall, ja, 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 ist es. Und mit dem konnte ich deswegen halt auch quatschen und so. Und dann erst war der, glaube ich, sogar 1,70 nur und dann haben wir das noch hochgeregelt. Aber mal schauen, wie es klappt. Also, es wird sehr, sehr spannend. Und wir haben super, also, ich habe mir Leverkusen mal die ganzen Werte von den normalen Spielern angeguckt und die sind viel, viel schlechter und die haben auch in der Champions League gespielt und wir haben jetzt viel, 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 viel bessere Werte. Das ist ein 1a, äh, wir sind, also von den, wir sind zwar nicht, wir haben kein 90er Spitzenwert. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass manche halt einfach richtig dreist, äh, geschrieben haben. Ja, kann ich bitte eine 6,90 haben oder so. Also, richtig dreist, die wollen einfach besser als Messi sein. Äh, da fand ich es richtig cool, dass ich, ich habe, das habe ich, glaube ich, nur einmal gelesen, dass einer eine Pan-70er-Bewertung oder so gerne haben wollte. Also, er hat, glaube ich, zwischen 68 und 72 hingeschrieben und hat dann, äh, wollte das jüngste Alter haben, um Potenzial zu haben. Aber ganz viele andere haben auch das jüngste Alter und eine gute Bewertung, deswegen habe ich ihnen auch eine gute Bewertung gegeben. Das wäre sonst unfair. Ähm, und, ja, alle sind fast gleich alt. Ähm, bis auf ein paar, die wirklich irgendwie, also zum Beispiel, ich bin einer der Älteren, ähm, also da, ähm, ich glaube, bei 18 muss man ja mindestens sein. Vielleicht sind es sogar, nee, es können sogar 17-Jährige dabei sein. Das ist, äh, ziemlich krass. Also, zwischen 17 und, ich glaube, 24 oder so. Aber das ist wirklich nur eine. Das ist, ähm, auch ein Moderator, den ich gerade suche und gefunden habe. Äh, genau. Und, glaube ich zumindest, oh mein Gott, wenn es nicht so wäre, dann... Also, wer sich hier irgendwer nicht findet und denkt, dass er gefunden worden müsste, dann schreibt mir das in die Kommentare und eine ganz wichtige Sache. Eine ganz wichtige Sache. Wir werden es so machen, wir haben 3- bis 4-malig jede Position, ungefähr jede Position ist 3- bis 4-malig belegt. Ähm. Außer der ST-Platz. Ähm. Aber warum, wieso, weshalb, äh, das sage ich jetzt einmal nur ganz knapp. Es gab auf mehreren Positionen, also es gab auf den defensiven Positionen, gab es viele sehr, sehr gute Bewerbungen. Und auf den offensiven Positionen gab es wenige sehr, sehr gute Bewerbungen. Halt viel Schrott auf allen Positionen, das ist klar. Aber bei den offensiven Positionen, deswegen, sind teilweise sogar die Offensiven weniger, äh, besetzt. Also, zum Beispiel RST gibt es nur Patterson, äh, und mich dann noch, ne, glaube ich zumindest. Das ist richtig. Und dann gibt es halt, ich glaube, 3 RS, ne, 3, 2 RS, und, ne, 3 RS, 3 LS und so. Und, ähm, ja. Also, wie gesagt, 3 bis, äh, 4 Mal das meiste im Durchschnitt so besetzt. Äh, 3 Torhüter, ähm. Eine ganz wichtige Sache, die ich, auf jeden Fall, die ihr machen müsst, weil wir werden jetzt erstmal einmal komplett rotieren, die ersten Spiele, dass jeder gespielt hat. Und dann ist es wichtig, dass die, die wirklich das Projekt gucken, auch weiterspielen. Kann ja sein, dass manchen das nicht gefällt, obwohl sie im Team sind. Und dann gucken sie nicht weiter. Das bedeutet, schreibt unter diese Folge, euren Namen, der hier jetzt angezeigt wird, also euren Nachnamen sozusagen ist das ja, ne, den ihr gewählt habt. Schreibt den in die YouTube-Kommentare, damit ich weiß, welcher YouTube-Account zu dem jeweiligen Spieler gehört. Und dann weiß ich halt, okay, der und der schaut das regelmäßig, äh, der kann halt auch spielen. Und der, der überhaupt nicht kommentiert, der spielt dann halt irgendwann nicht mehr, ne, ist klar. Eine ganz wichtige Sache noch, bevor ich das Video jetzt hier beende, also Fragen und so könnt ihr auch noch reinschreiben, falls jetzt irgendwas Ungeklärtes, ist, dass ich jetzt schon weiß, dass ich das in FIFA 17 nochmal machen werde. Das heißt, das war jetzt so mega chaotisch, so viel schlechte Bewerbung, es war so anstrengend, das sozusagen zu erstellen, und nicht, weil es halt 30 Spieler waren, die erstellt werden mussten, sondern weil ich die guten raussuchen musste und tatsächlich sogar für manche Positionen, welche ich erstellt habe, die ich dann gar nicht so gut fand, was einfach daran lag, dass, äh, auf den anderen Positionen, wo so viele gute sind, halt, sich alle für dieselbe Position beworben haben. Und wir können halt nicht, äh, es gab bestimmt, äh, 10 richtig gute ZM-Bewertungen, oder ZOM beziehungsweise ZDM, das habe, da haben wir ZOMs und ZDMs auf dieser Position, setze ich beides ein, und, ähm, ja, da gab es mindestens 10 wirklich gute Bewerbungen auf dem Platz, aber es gibt die halt nur einmal in der Aufstellung, und deswegen muss ich da halt aussuchen. Und, ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt schon, das wird es nochmal geben, und da werde ich das ein bisschen anders machen, da werde ich eine Art, ähm, Bewerbung vorschreiben, wo ihr nur noch Sachen einsetzen müsst, damit ich weiß, okay, so jeder, ich nehme nur die, die das komplett, ihre Werte da eingesetzt haben, ihre Sachen da eingesetzt haben, damit jeder wirklich anders ist, jeder Spieler wirklich seine, eigenen Sachen hat, und nicht jemand schreibt, äh, es gab richtig viele, die haben nicht mehr in ihre Position geschrieben, also Leute, was ist da los? Also, ich bedanke mich jetzt aber auf jeden Fall für so viele Bewerbungen, für diese Interaktion einfach allgemein, freue mich auf die Kommentare jetzt hier unter der Folge, die werde ich nämlich jetzt eigentlich direkt, wenn die Folge rauskommt, direkt werde ich da drunter aktiv sein, weil ich werde währenddessen dann essen und so, und chillen, und dann sehen wir uns morgen im Torhout-Video, und am Donnerstag in der ersten Folge, also alle Kommentare hier rein, falls ihr noch was anmerken wollt, und, ähm, ja, ich freue mich schon, das jetzt zu lesen. Ciao.